Hallo und herzlich willkommen zum Snapshot 13w18a und heute gibt es wieder ein paar Neuerungen und nach dem Intro erfährt ihr dann mehr. Die erste Neuerung wäre, dass es jetzt nicht mehr einen normalen Pferdesattel gibt, sondern jetzt den ganz normalen Sattel. Für die Schweine wird es jetzt auch für das Pferd geben. Und zwar setze ich den jetzt mal in der Diamantrüstung auf und wenn wir jetzt den Sattel draufsetzen, funktioniert das und dafür gibt es aber jetzt keine Pferdesattel mehr. Und die zweite Neuerung wäre der neue Block und zwar der Block of Coal, also der Kohleblock. Die Textur sieht so ähnlich aus, beziehungsweise ganz genau gleich, nur die Farbe ist anders wie der Rätstomblock. Für diesen Kohleblock gibt es auch natürlich ein Craftingrezept und was noch neu ist, es gibt jetzt auch ein Craftingrezept für das Heu. Den Kohleblock macht man so, einfach überall Kohle hinlegen und dann bekommen wir einen Kohleblock. Und das, ja, den Heuballen, den kriegen wir einfach, wie, ja, normal, überall Getreide hinlegen. Das war es auch schon von dem Snapshot 13W18er, ich hoffe es hat euch gefallen und weitergeholfen. Sonst gibt es jetzt nur noch Bugfics, die zähle ich jetzt nicht auf, es sind einfach einige Bugs behoben worden, was auch natürlich sehr gut ist. Ja, ciao und bis zum nächsten Mal.